Liebe Wählerinnen und Wähler, ich als Wähler würde nur eine Partei wählen, die ein präventives Gesellschaftssystem mir anbietet. Und das Konzept für ein präventives Gesellschaftssystem bieten nur die NextScientistsForFuture vom Weltrat. NextScientistsForFuture.de Bitte hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja an dem rundlichen Ding, weil ich ja so langsam rede. Das Erste, was dieses präventive, also verhindernde Gesellschaftssystem verhindern soll, ist, dass die Konzerne das Land regieren und nicht wir Wählerinnen. Das heißt, durch die Verdienstzuschüsse der NextScientistsForFuture.de verlieren die Konzerne das Interesse an der Beeinflussung der Politik, weil ja die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten der Mitarbeiter, Kunden und Anwohner über die Verdienstzuschüsse entscheiden, die die Firma erhält. Und wenn sie durch Lobbyisten sozusagen Politik machen lässt gegen die Kunden, die Anwohner und die Mitarbeiter, dann kriegt sie keine Verdienstzuschüsse und geht pleite. Also verschwindet der Lobbyismus von heute auf morgen. Und das wird also verhindert durch das Konzept der positiven Anreize, also der Verdienstzuschüsse, mit den Messgrößen, auch anhand der Messgrößen, Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Also ich werde zum Lenker der Wirtschaft und der Politik und nicht mehr die Konzerne. Ich würde nur eine Partei wählen wie die FRAG-Partei oder wir2020.de und leider ist das von der Basis noch nicht zu sagen und von wir2020.eu auch noch nicht festzustellen. Dort gibt es kein Konzept, kein wirklich greifbares Konzept zur Verhinderung von Konzernherrschaft statt WählerInnenherrschaft. Ich möchte aber in einem Land leben, wo die WählerInnen die Herrschaft innehaben. Und das geht nur mit dem Konzept der NextScientistsForFuture.de. Also Verhinderung von Konzernherrschaft statt WählerInnenherrschaft ist das Erste, was ich von einer Partei erwarte. Und nur das würde ich wählen. Das Zweite ist, ich möchte nur eine Partei wählen, die verhindern kann, durch ihr Programm verhindert, dass ich krank werde, dass ich Krebs bekommen kann, dass ich Herzinfarkt bekommen kann, weil der Arzt dafür belohnt wird, wenn er eben Krankheiten verhindert. Anstatt möglichst viel und möglichst teure Behandlungen von Krankheit zu verkaufen. Verkaufen bringt nichts mehr, sondern nur noch Verhindern von Krankheit. Und dann wird das Gesamte, dann werden die Hausarzt, Ersatzpraxis, Teams, wie auch immer die dann heißen, werden uns allen ein kostenloses, das ja durch den Krankenversicherungsbeitrag abgegolten ist, ein vollständiges, kostenloses Sport, Gesundheits-, Ernährungsangebot und, und, und. Also ein umfassendes Tanzen, Singen, Musizieren, ein umfassendes, gesundheitsförderliches Freizeitangebot kostenlos anbieten. Da können wir hingehen oder nicht, wie wir Lust haben. Und wenn wir hingehen, lernen wir alles über ein gesünderes Leben. Und sowas würde ich wählen. Aber das können nur die nextscientistsforfuture.de. Dann würde ich natürlich eine Partei wählen, die Krieg verhindern kann. Das können auch wieder nur die nextscientistsforfuture. Kriege auf der Welt zu verhindern, dazu muss man den Waffenkonzernen die Beute wegnehmen. Also es darf keine Gewinnmöglichkeit mehr geben durch mehr Krieg. Sondern nur noch der Rückgang der Zahl der getöteten Menschen durch Gewalt weltweit darf belohnt werden. Und schon werden die Waffenkonzerne, die Rüstungskonzerne zu Friedensförderungskonzernen. Wie man das aber technisch und praktisch macht, das können wieder nur die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Ja, der Arbeitskreis vom Weltrat. Ja, dann zeige ich das mal hier so. Also, liebe Partei Wir 2020 und die Basis. Liebe Herren und Damen, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Gerd Reuter, wie auch bei Punkt Preradovic, ist wieder in der Playlist News und Talks Nummer 5 drin am Ende. Da ist auch noch einiges andere Neue. Der beste Sender. Ja, also, sozusagen, ich bin hier falsch. Ja, so. Liebe Parteimitglieder und Parteifreunde oder Freunde der Partei. Professor Bakti ist ja nur ein Freund der Partei Wir 2020-EU. Wir fürchten, dass es nichts wird, wenn ihr nicht schleunigst, dieses präventive Programm, der Next Scientists for Future nennt, übernehmt. Ja, und vor allem, ihr müsst natürlich den Satz im Programm haben und wir arbeiten regelmäßig und ständig mit den Next Scientists for Future zusammen, denn nur die können solch ein Programm auch dann in den Ministerien realisieren, weil man dafür 50 Jahre Wissenschaftserfahrung braucht, um so etwas umzusetzen. Ja, ja, was will ich noch? Ich würde eine Partei wählen, liebe Leute, ich würde eine Partei wählen, die verhindert, dass die Nahrung, die mir verkauft wird, meine Gesundheit beschädigen kann, Giftstoffe beinhaltet, Minderwertig ist, unnatürlich ist, die Erfordernisse meines Stoffwechsels nicht optimal trifft. Und das können wieder nur die Next Scientists for Future, weil nur die meine Marktleiter, meine Restaurantleiter und meine Kioskleiter gezielt dafür belohnen können, wenn die mir helfen, dass ich, dass mein Leben gesünder, länger und glücklicher wird. Ja, und wie gesagt, es geht um Verhinderung der Konzernherrschaft, der Konzernvorherrschaft. Und das machen ja die Next Scientists for Future, wollen ja die Konzernvorherrschaft verhindern in Zukunft mit der Wohlfühlstimme als neuer Wahlstimme, Wo wer nicht meinem Wohlfühlen dient als Ministerpräsident oder als Kanzler, wird rückzug abgewählt. Weil nämlich jedes Jahr dann neue Herausforderer kommen können über das Vorwahlensystem, wo ich dann vielleicht alle zehn Jahre mal vier Stunden opfern muss für eine Vorwahl in einem Bürgerhaus, wo eine repräsentative Wählerstichprobe entweder im Bürgerhaus oder online geladen ist vom Bundeswahlleiter, von den Landeswahlleitern und ich dann einen Herausforderer von Ministerpräsidenten und Kanzlern wählen kann und der Jahressieger darf dann jeweils den Ministerpräsidenten oder Kanzler herausfordern. Und wenn er das gewinnt, wenn eine herausfordernde Person das gewinnt, gibt es sofort Neuwahlen und das schon nach einem Jahr, weil dann offensichtlich jemand Besseres aufgetaucht ist für das Land. Und dadurch werden die Politiker natürlich versuchen, selber die Besten zu sein, auch nach einem Jahr noch. Und dann zukommen ja noch die Wohlfühlstimmen. Wenn jemand, also ein Ministerpräsident, ein Land schlecht regiert und die Wohlfühlstimmen der WählerInnen gehen in den Keller, dann sehen das ja diejenigen Wähler, die bei der nächsten Landtagswahl, die werden also sich nicht mehr irgendwelche Wahl-O-Mate anschauen, und die werden nur noch schauen beim Bundeswahlleiter, wie sind denn die Ergebnisse der verschiedenen Parteien, die verschiedene Bundesländer regieren, wie sind die Ergebnisse, welche Partei steigert das Wohlfühlen der WählerInnen am besten. Und genau diese Partei wird man dann im eigenen Bundesland wählen. Die Wahlentscheidung wird also ganz simpel werden für die WählerInnen. Da brauche ich keinen Wahl-O-Mat mehr, keine Qual der Wahl mehr, sondern nur, wo werden die Wohlfühlstimmen der WählerInnen besser. Das heißt also offensichtlich, diese Partei tut den Bürgern gut und die wähle ich auch in meinem Bundesland und dann auch im Bund. Und dann ist die Frage, was ich wähle, ganz einfach beantwortet. Und was meinen Sie, wie sich dann die Politiker ins Zeug legen werden? Erstens mal, so besser zu sein als jede andere Partei in der Wohlfühlstimmensteigerung und Verbesserung. Und zweitens besser zu sein als alle neuen Reformer, indem sie nämlich die neuen Reformer schon vorher als Experten zu sich dazurufen und schon mit denen kooperieren, sodass also sozusagen es dann gar keine neuen Reformer kommen können, die die Wähler besser finden als sie selber. Sodass die Vorwahlen dann quasi, die Vorwahlen haben in erster Linie die Funktion, die Politik unter Druck zu setzen, immer offen zu sein für neu kommende Experten, sodass sie immer die bestmögliche Politik machen, wenn nicht, werden sie halt abgewählt und die neuen Reformer werden Ministerpräsidenten oder Kanzler. Und dann kriegen sie alle drei Monate, wenn sie das wollen, wie oft sie wollen, aber sagen wir mal, alle drei Monate einen ausführlichen Volksentscheid, wo sie dann nochmal ganz direkt bestimmen können, wie die Politik gemacht wird. Da können sie zum Beispiel auch abstimmen über ein neues Einwanderungsgesetz, was wir schon oft vorgestellt haben, oder ein neues Asylgesetz, Regelung und so weiter, die dann auch die gesamte Gesellschaft versöhnt. Auch eine neue Regelung, wie viel und ob man Parallelgesellschaften will in der Gesellschaft oder nicht, das kann dann alles auch in solchen Volksentscheiden geklärt werden. Und dann kriegt man eben eine, ja, versöhnliche Lösung eben das Ganze. Ja, heute Abend ist dann wieder, na, da müssen wir das, für heute Abend muss ich das ein bisschen kleiner machen, heute Abend ist dann wieder die wissenschaftliche Tagesschau heute, Demokratie-Pur-Talkshow, freie Argumente-Plattform. Alle sind herzlich eingeladen, sich noch zu melden bei nextscientistsforfuture.de und Mitglieder, also FRAG-Partei, also Parteimitglieder, also die Basis, wir 2020 FRAG-Parteimitglieder und WählerInnen befragen Experten, Reformer zu besseren Reformen, die bis zu 56 Prozent bringen können. Und das ist genau dieses präventive Gesellschaftsmodell, Verhinderungskonzept. Ja, und so, dann machen wir das wieder ein bisschen größer hier. Was will ich noch verhindern? Also ich will eine Partei wählen, die also verhindert, dass, ja, was soll sie verhindern? Ich will das Lehrer, das Schulversagen von Kindern fördern. Das will ich, dass es verhindert wird. Ja, ich will, dass Lehrer sich bemühen, aus jedem Kind das Bestmöglichste zu machen und so dafür zu sorgen, dass jedes Kind irgendwie ein kreativer, innovativer, beweglicher, sozialer Mensch wird, dem die Arbeitgeber gerne eine berufliche Zukunft geben. Ja, das wünsche ich mir von Lehrern. Also müssen wir ein System machen, das verhindert, dass Lehrer die Entwicklung von Kindern bremsen, damit vielleicht, damit eben das Lehrertum größer werden kann, damit mehr Lehrer gebraucht werden, damit mehr Nachhilfe und Stunden verkauft werden können von Lehrern und, und, und. Ja, also das ist ja eine ganze Industrie, das Lehrertum, ja. Also müssen wir ein System haben, das verhindert, dass Lehrer die Entwicklung, die positive Entwicklung von Kindern verhindern. Ja, was will ich noch? Ich will eine Partei wählen, die verhindert, dass mich Handwerker abzocken. Indem die Handwerker auch nur noch Geld bekommen dafür, dass sie die Dinge warten, also die Dinge gesund erhalten, Gegenstände gesund und funktionsfähig halten, wie zum Beispiel ein dichtes Dach oder andere Dinge. Oder dafür sorgen, zum Beispiel, ja, zum Beispiel auch dafür sorgen als Autoverkäufer, als Autohandwerker und Autoreparateure, dass sie nur noch Geld dafür kriegen, wenn ich nie liegen bleibe mit dem Auto, sodass sie ein Interesse daran haben, dafür zu sorgen, dass meine Transportmittel, die ich irgendwie eingekauft habe, zum Beispiel 100.000 sorgenfreie Transportkilometer in der Qualität Mercedes zum Beispiel, wenn ich sowas eingekauft habe, dann kriege ich einen schönen Mercedes gestellt. Und wenn der kaputt ist, muss ich einen kleinen Teil der Reparatur bezahlen, aber den Großteil der Reparaturaufwendungen und Kosten und der dann auch entstehenden Folgen des Liegenbleibens. Zum Beispiel, ich muss eine Hotelzimmerbezahlung, Taxikosten und so weiter, muss alles die Autofirma oder Autoreparaturfirma, also die Mercedes-Werkstatt übernehmen, sodass die auch sozusagen, dass verhindert wird, dass die Autowerkstatt mich abzockt, indem sie mehr Probleme schafft beim Auto, als sie löst. Und das möchte ich, so eine Partei möchte ich wählen, die also verhindert, dass mich Handwerker und Autowerkstätten und so weiter abzocken. Ja, so was will ich wählen, dass es gar nicht mehr möglich ist, mich abzuzocken. Ja, dann will ich sozusagen, dass das gesamte System innere Sicherheit verhindert, dass es überhaupt Kriminelle gibt. Ja, dass die den ganzen Tag rumlaufen, also die Richter, die Staatsanwälte, die für meinen Wohnbezirk zuständig sind, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Polizei, letztendlich ein Arbeitsziel haben, ein gemeinsames Arbeitsziel haben. Keine Kriminalität, Frieden überall, keine Streitigkeiten, weil sie alle nur noch Geld dafür kriegen, wenn überall Frieden ist. Wenn nirgends eingebrochen wird, wenn eingebrochen wird, gebe ich ja eine schlechte Wohlfühlstimme ab. Schon wenn in der Nachbarschaft eingebrochen wird, gebe ich ja eine schlechte Wohlfühlstimme ab, weil ich ja dann Angst bekomme vor Einbrüchen. Also alle werden nur noch belohnt. Was meinen Sie, wie die Polizei plötzlich in der Lage sein wird, mit den Verbrechern zu reden und sie zu betreuen und die zu neuen Berufs-, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt dazu zu bringen, ihre kriminelle Karriere zu beenden und in eine legale Karriere überzuführen? Was meinen Sie, was die für ein Ideenreichtum entwickeln werden? Was meinen Sie, wie effizient die auch gegen hartnäckige Kriminelle dann durchgreifen werden und so weiter? Sie können sich gar nicht vorstellen, was da kommen wird, wenn sie nur noch fürs Verhindern von Straftaten belohnt werden. Positive Anreize nur noch fürs Verhindern von Straftaten bekommen als Belohnung. Das Prinzip muss ja sein, die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und dann sind wir beim Arbeitsamt gewesen. Ich will, dass sozusagen das Arbeitsamt, dass die Mitarbeiter nur noch belohnt werden für das Verhindern von Arbeitslosigkeit. Dadurch werden die dann auch solche unsinnigen Dinge verhindern, wie den Mindestlohn oder Tariflöhne oder Gewerkschaften, weil sie sagen, das sind ja die Förderer von Arbeitslosigkeit. Die müssen wir schleunigst abschaffen. Wenn wir Vollbeschäftigung wollen, müssen wir den Markt für Löhne völlig freigeben und müssen mit einem Mindesteinkommen, nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern mit einem Mindesteinkommen oder eventuell einem kleinen, mit einem kleinen Hartz-IV-Mindesteinkommen oder mit einem kleinen bedingungslosen Grundeinkommen für ein Mindesteinkommen sorgen, das ja durch nichts unterschritten werden kann. Aber der Markt muss frei sein. Es muss eben auch sozusagen möglich sein, dass jemand für 10 Cent pro Stunde arbeiten darf, um reinzukommen, um erstmal sozusagen die Wertschätzung der Arbeitgeber zu gewinnen nach und nach und so weiter. Und so gibt es dann keine Dauerarbeitslosen mehr, wenn die Mitarbeiter des Arbeitsamtes nur noch sozusagen Verdienstzuschüsse bekommen für jeden, den sie in Arbeit unterbringen können mit einem möglichst guten Gehalt. Ja, und so, und dann wünsche ich mir, dass die ganzen Sozialspartler nur noch für das Verhindern von Sozialfällen belohnt werden. Also nicht mehr für das Verwalten von möglichst vielen Sozialfällen, sondern nur noch Geld bekriegen, wenn es praktisch am meisten Geld nur noch dann kriegen, wenn es keine Sozialfälle mehr gibt. Und die, die das am besten verhindern können, die werden die Letzten sein, die noch in den Sozialstationen arbeiten. Und alle anderen werden entlassen werden wegen zu geringer Verhinderungsleistung, weil sie zu wenig geleistet haben in der Verhinderung von Sozialfällen. Also werden die ganzen Sozialspartler durch Deutschland laufen und werden dafür sorgen, dass es keine Sozialfälle mehr gibt, dass es null Obdachlosigkeit gibt, alle in Wohnungen kommen. Also die Mitarbeiter des Wohnungsamtes werden auch nur noch für das Verhindern von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit belohnt. Ja, und für Frieden in den Häusern und so weiter, dass es alles harmonisch klappt, nur noch dafür belohnt. Ja, also ein präventives Gesellschaftssystem löst uns alle Probleme. Ja. Jetzt können Sie sagen, in dem und dem Bereich und so weiter. Zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wenn Sie sagen, ja, ich möchte aber, dass belohnt wird für die Verhinderung von Parallelgesellschaften in Deutschland. Ich möchte, dass die Berufsgruppen belohnt werden für das Verhindern von, ja, eben Parallelgesellschaften und ich möchte, dass auch die alle belohnt werden für das Verhindern von Armut. Ja, und wie verhindert man Armut effizient? Man verhindert Armut effizient, indem man dafür sorgt, dass die leistungsfähigen, die Arbeitsplätze schaffen, einige Kinder bekommen und die, die keine Arbeitsplätze schaffen können, am besten keine Kinder bekommen oder möglichst wenig Kinder bekommen. Und dann wird das Land reicher und die Gehälter gehen nach oben und der Wohlstand nimmt zu. Also, also müssen wir die Berufsgruppen belohnen für das Verhindern davon, dass sozusagen Leute, die nicht in der Lage sind, Arbeitsplätze zu schaffen oder gute Jobs inne zu haben, dass die nach Möglichkeit, sollte verhindert werden, dass die Kinder bekommen, sollte jedenfalls nicht noch belohnt werden. Unser jetziges System belohnt eher, dass die, die niemals Arbeitsplätze schaffen können und auch nie arbeiten können, die werden am meisten belohnt dafür, wenn sie Kinder bekommen. Während unsere fähigsten Leute, die sogenannten Karrierefrauen zum Beispiel, quasi mit allen Mitteln daran gehindert werden, Kinder zu bekommen. Und das sind alles so Dinge, die halt nicht gehen. Also, ein präventives Gesellschaftssystem würde ich wählen. Deswegen bin ich ja auch Mitglied bei den Next Scientists for Future und als ehrenamtlicher Assistent tätig. Also deswegen, liebe Parteien, die FRAG-Partei und, also Orga-Teams von FRAG-Partei und wir2020.de sind bis jetzt die Einzigen, die sich die regelmäßig, die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat als Experten zu Rate ziehen. Wir2020.eu und die Basis haben das bis jetzt wahrscheinlich noch nicht mal an ihre jeweilige Parteibasis weitergegeben, dass es dieses Angebot gibt. Und das ist das Dilemma. Ich fürchte, das wird der Untergang von wir2020-EU und die Basis sein. Ja, es ist tragisch. Es läuft alles wieder auf Selbstzerstörung heraus. Ja, wenn wir uns auch nochmal klar machen hier. Sie haben es ja wahrscheinlich selbst gesehen. Also wir beachten das kaum noch. Zum Beispiel Herr Doktor Medbodo Schiffmann hat ja irgendwie seine Wunschträume geäußert, dass es überall, dass alle möglichen Leute verurteilt werden mögen wegen Hochverrats. Andere fordern Nürnberger Prozesse. Leider ist die Realität genau das Gegenteil. Wenn, dann wird Herr Doktor Bodo Schiffmann einen Prozess gemacht bekommen und die Approbationen entzogen werden, weil man darf nicht träumen, sondern muss die realen Machtverhältnisse sehen. Ja, die andere Seite hat die Macht. Die Konzerne haben im Moment die Macht und die Impfkonzerne haben die Macht und das Sagen und so weiter und nicht Herr Doktor Medbodo Schiffmann. Und das ist das Dilemma, liebe Leute. Wir brauchen ja eben deswegen dieses präventive Gesellschaftssystem, weil es eben nur mithilfe der NextScientistsForFuture.de möglich ist, diese Konzernherrschaft in Zukunft zu verhindern. Die Herrschaft der Impf- und Pharma- und Medizin und Masken und, ja, Virologie-Konzerne. Ja, jetzt zeige ich noch, wie das dann heute Abend dann aussieht. Ja, also ich will nur eine Partei wählen, die das Schlechte, das Schlechtes Tun verhindert zukünftig, indem sie Gutes tun belohnt, mit positiven Anreizen. Ich kann mir nicht vorstellen, welcher Mensch so realitätsfremd ist, dass er nicht ein Programm wählt, in dem der Arzt, der Hausarzt belohnt wird und der Marktleiter belohnt wird, wenn er mir, wenn er alles tut, um zu verhindern, dass ich als Wähler Krebs oder Herzinfarkt oder andere Krankheiten bekomme. So eine Gesellschaft wünscht sich doch jeder Mensch, der nicht irgendwie verrückt ist, oder? So, dann Beendigung der Freigabe. Das bedeutet jetzt, dass das jetzt das Bild ist, das müssten Sie ja jetzt sehen. So sieht das dann aus. So sehen Sie mich dann heute Abend hier, statt der Hand sehen Sie mich dann. Da wird die Kamera dann entsprechend eingerichtet und Sie sehen es, die Sonne scheint da hinten. Ja, und da werden dann wieder die Talkgäste sein. Da können auch Sie sein. Ja, und dann würde ich doch sagen, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Werden Sie laut, sorgen Sie dafür, dass die Parteien vernünftig werden und das Verhinderungsprogramm machen. Das Programm der Verhinderung von schlechten Dingen. Das können aber nur die Next Scientists for Future. Das kann halt niemand sonst, weil es praktisch ziemlich schwierig ist. Tschüssi, bis bald. Danke. Vielen Dank.